Herzlich willkommen zum 278. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt und damit zum größten Lego-Stadt-Update des Jahres, was die Anzahl der neuen Module angeht. Wir starten als allererstes mal mit einem 4-Stunden-Mammut-Speed-Build. Das ist der Baufortschritt aus dem Stream gewesen von vergangener Woche. Ihr könnt jetzt gleich sogar die Handy-Kamera sehen, mit der ich da gestreamt habe. Es kommen zudem gleich noch zwei weitere Module für den Hafen dazu. Insbesondere das erste Modul, wo die Felswand runtergeht, ins Hafenbecken. Bevor wir mit den nächsten Modulen weitermachen zur Bautechnik, da habe ich jetzt das allererste Mal diese olivgrünen Pflanzenteile verwendet, die so die Mauer hochragen. Finde ich hat diese große einheitliche graue Wand doch nochmal ein gutes Stück aufgelockert. Die Grundbasis des nächsten Moduls, ich glaube dazu muss ich nicht mehr allzu viel sagen mittlerweile, Schicht Bricks drunter, darüber dann die Schicht Plates. Und das ist im Grunde genommen genau das, was ich bei allen Modulen ja in der Stadt mache, egal ob jetzt Hafen oder nicht. Das Modul wird es jetzt noch nicht sein, aber mit dem nächsten Modul, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, werde ich das allererste Mal im Hafen versuchen, so ein bisschen die Gradlinigkeit rauszunehmen. Ich habe es ja immer wieder erwähnt in den Stadt-Updates, dass ich versuche Schrägen einzubauen und nicht immer nur entlang der Noppen zu bauen. Und das ist etwas, was ich jetzt im nächsten Modul, wenn wir dann nämlich gleichzeitig mit der Felswand starten, die weiter runter geht, so ein bisschen brechen möchte. Das, was ihr hier gerade sehen könnt, dieses Gewackel, ist, wie ich die Höhe verstelle von dem unteren Teil des Tisches, damit ich nämlich mit der Höhe der Noppen des Hafenmoduls ankomme auf der oberen Plattform. Ich habe ja unten solche höhenverstellbaren Steher genommen und das war genau der Grund, weil ich dann nämlich perfekt das Ganze so anpassen konnte, dass ich auf den Mikrometer genau ankomme. Das nächste Modul habe ich jetzt schon mal komplett vorbereitet, weil, naja, es ist immer nur das Gleiche mit dem Grundieren, Auslegen und so weiter. Das ist jetzt das angesprochene erste schräge Modul. Ich habe das Ding so gemacht, dass ich eine von diesen Cutplates verwendet habe und die dann zusammengesetzt habe und die dann mit einem geraden Stück verbunden habe, über so einen Hinstieg darunter gesetzt habe. Das Ganze habe ich natürlich von unten dann auch gut gegenfixiert, das ist nicht nur ein einziges Teil, was das Ding dann zusammenhält. Diese kleine Lücke, die dann da übrig war, habe ich gefüllt über zwei Brick Modifieds, unten Dark Bluish Grey, darüber Light Bluish Grey, woran ich Slopes gesetzt habe. Und damit, ich meine, ein bisschen was an Spalten ist übrig, aber es fällt im Gesamtbild überhaupt nicht auf, konnte ich dann auch schon dieses schräg laufende Hafenstück sozusagen einbauen. Ich habe es natürlich geschaut, dass das nicht über zwei verschiedene Module geht, sondern innerhalb eines Moduls abgeschlossen wird. Es hat auch genau gepasst, dass links und rechts jeweils das Ding auf Noppen zu fixieren war. Auf der Rückseite, da habe ich jetzt die nächste Lücke gehabt und da habe ich jetzt so eine Art Reißverschlusssystem entwickelt, dass ich auch wieder, wie ich es unten schon gemacht habe, einen Brick Modified genommen habe mit einer Slope drauf. Und die habe ich dann immer auf der gegenüberliegenden Seite voneinander zueinander hingesetzt, damit die Lücke dann großteils geschlossen wird. Mache ich gleich natürlich jetzt noch ein bisschen schöner, hier im Speedbild könnt ihr das sehen, damit das nicht ganz so auffällt, dass da ein glatter Strich sozusagen hochgeht. Ja, und damit hatte ich dann ein ganz, ganz anderes Problem. Ich bin gerade dabei, die beiden Module zu verbinden mit einer weiteren Felswand, die dann einfach diese Lücke hier schließt. Eine Kleinigkeit bleibt übrig, die ein bisschen schwieriger ist und zwar diese Lücke hier. Da kann ich nichts Gescheites mehr einbauen, weil das eben hier so spitz zuläuft. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach seitwärts hier so eine Slope einbauen. Die sollte eigentlich ziemlich perfekt hier reinpassen und dann wäre dieses Loch auch geschlossen. Ansonsten würde ich sagen, bauen wir einfach mal weiter und schauen, was daraus wird. Um diese besagte Slope da jetzt dann eben einzubauen, habe ich jetzt natürlich nicht das ganze Modul rausgenommen, nochmal auseinandergerissen, sondern einfach nur das so ein bisschen aufgehebelt sozusagen. Und dann versucht die Brick Modifieds und normalen Steine, die ich gebraucht habe, da drunter zu quetschen, wie ihr da gerade sehen könnt. Und darauf habe ich dann jetzt eben den Brick Modified gesetzt. Diesen 1x3er war es in dem Fall, den ich jetzt am Ende verwendet habe, weil es halt einfach von den Abständen her am besten gepasst hat. War natürlich ein bisschen rumgefriemelt. Und es ist vor allem auch so, dass das jetzt ein Stück von dem Modul ist, was natürlich über die Modulgrenze sozusagen raussteht. Was natürlich jetzt heißt, ich kann das Modul nicht irgendwo anders hin platzieren, aber das habe ich ja ohnehin nicht vor. Als das erledigt war, habe ich dann die normale Felswand rauf modelliert. Und das war jetzt eine Mischung der normalen Bergbautechnik, die ich hinten beim großen Berg verwendet habe, und der Felswand, die rauf führt, auf das obere Modul. Das heißt, ich habe hier einige nochmal Brick Modifieds eingebaut, damit ich seitlich Noppen habe, die rausstehen. Damit das nämlich sich ein bisschen besser auch optisch verbindet mit der oberen Felswand. Allerdings konnte ich das nicht alles komplett gesnotet bauen, weil das nämlich sonst nicht gepasst hätte, dass die Felsen im Wasser verschwinden. Aber ich glaube, diese Mischung aus den beiden Bautechniken ist perfekt gewesen. Ich hatte noch so ein paar Lücken, zum Beispiel da hinten diesen geraden Strich. Den habe ich dann überarbeitet und behoben. Das habe ich auch noch bei ein paar anderen Stellen gemacht, damit es auch wirklich verschwindet, diese Modulgrenze, die da übrig war. Den Zaun, ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob ich das so lassen möchte. Da rede ich am Ende nochmal drüber, habe ich jetzt erstmal provisorisch so abgeschlossen, wie ich es auch davor die Hafenfolgen schon gemacht habe. Bisschen Deko gehört natürlich dazu, paar Fässer, die da unten rumstehen, eine Bank, ihr wisst Bescheid, damit einfach dieses Graue noch ein bisschen verschwindet. Dann kommen natürlich Schiffe noch davor, das ist auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt. Und, das hattet ihr schon im Livestream geschrieben, dass ich doch solche Holzplöcke bauen soll, die aus dem Wasser rausragen. Habe jetzt dann teilweise nochmal die Tiles aufgebrochen, damit ich da Noppen einbauen kann, worauf dann eben diese Holzplöcke kommen, wo man dann Schiffe auch festbinden kann. Ich habe nicht gewusst, ob das irgendeine Strategie gibt, wie man diese Holzplöcke da anordnet. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Habe jetzt einfach aus Dekogründen noch so ein paar Ketten hinzugefügt, weil das sieht man ja auch immer wieder, dass darüber Schiffe angebunden sind. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt so viel zu besprechen, das machen wir mal live. Als allererstes mal im Gesamtbild ist es natürlich jetzt schon mal ein Riesenunterschied. Nicht mehr in diesem Schwenk, wenn man hier das Panorama drin hat, Holz zu haben, was daraus schimmert. Ich meine, es ist immerhin ein Meta, den wir heute weitergebaut haben hier unten. Dann kann ich euch mal im Close-Up zeigen, was ich mit diesen Ketten hier meine. Die habe ich im Moment einfach so von diesen Holzplöcken aufgespannt, teilweise auch einfach so hingelegt auf die Stege. Finde ich, sah einfach klasse aus. Wir müssen jetzt natürlich ganz dringend schauen, dass wir weitere Schiffe bauen. Also ich möchte auf jeden Fall schauen, dass da pro Hafenbereich quasi, also pro Aussparung, ein Schiff drin steht. Hier vorne auch nochmal. Und wie man das dann hier macht mit dieser Schräge, das kann man sich dann auch überlegen. Apropos Schräge. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir hinten die Felswand möglichst natürlich runter modellieren. Ist ja sowieso klar, dass ich jetzt hier erstmal den Steg geendet habe. Und jetzt muss ich halt schauen, möchte ich hier komplett rauskommen. Das könnte dann natürlich zur Folge haben, dass man sagt, man erweitert hier oben die Plattform. Oder sagt man, man macht diese Brückenidee, die ich schon mal vor ein paar Update-Folgen angesprochen habe. Das würde sich auch gut eignen. Und vor allem werde ich hier unten, und da bin ich mir aktuell nicht sicher, vielleicht einen Übergang modellieren. Ich habe ja hier beim Hafenbecken bewusst mich dazu entschieden, im Untergrund nur schwarz zu verwenden, nachdem die Mauer hier gerade verschwindet. Aber wenn wir eine Felswand haben, könnte man darüber nachdenken, hier den Untergrundfarbton so ein bisschen zu verändern, damit das aussieht, als ob das Wasser seichter wird. Der nächste Punkt, ich hatte es ja im Video schon angekündigt, und zwar bin ich mit diesen schwarzen Zäunen hier nicht ganz so zufrieden. Ich hatte jetzt mal so Kleinigkeiten ausprobiert, wie zum Beispiel, finde ich es besser, wenn hier oben Noppen drauf sind, oder wenn das komplett flach ist, wie im neuen Bereich. Allerdings hatte ich schon mal darüber nachgedacht, ob ich nicht ganz gerne diese Ketten sozusagen aufgespannt haben möchte. Genau die gleichen Ketten, die hier überall rumliegen, nur dann wahrscheinlich in schwarz, weil ich schwarz als Kontrastfarbe bräuchte, weil die Ketten sonst genau die gleiche Farbe hätten wie der Untergrund dahinter, was einfach kontrasttechnisch nicht gut ist, muss ich euch glaube ich nicht sagen. Das sind aktuell so ein paar Überlegungen, die ich habe. Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich glaube auch, dass ich ein bisschen zu zurückhaltend war mit dieser Bepflanzung, weil die mir eigentlich echt gut gefällt. Gerade natürlich ohne Schiffe sieht es noch sehr kahl aus, allerdings insbesondere hier in so einem Bereich könnte ich es mir gut vorstellen. Oder, das hätte ich eigentlich mal machen sollen, um diese Übergänge und diese kleinen Risse zwischen den Modulen zu verstecken. Die kann ich auch nicht zubauen, die bleiben einfach übrig. So ein bisschen Spannung ist da einfach drauf, weil es wahrscheinlich auch leicht gebogen ist. Ganz gerade bekommt man die Unterkonstruktion nie hin und dadurch sind einfach, hier kann man es natürlich auch sehen, diese Spalte da. Und das ist ein bisschen lästig, da hätte ich das ganz ehrlich mal besser machen sollen und da wahrscheinlich Bepflanzung drüber bauen sollen. Ja und an der Stelle natürlich, wie immer, schreibt mir sehr sehr gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Gerade was diese Holzpflöcke da angeht, habe ich ja wie angesprochen nicht allzu viel Plan davon, wie die platziert werden, ob das aktuell überhaupt Sinn macht, wie die hier drin stehen. Ja und damit hätten wir dann auch das Ende der heutigen Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat und dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!